Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir den Haldenrundweg, er hat etwa 48 Kilometer und heute gehen wir die erste Etappe. Dieser hat etwa 24 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vor einigen Wochen hatte ich noch eine Innenreinigung meines Autos bei der Firma TJ KFZ Aufbereitung. Die sind richtig gut. Die sind in Bexbach. Ich werde den Link unten mal aufschreiben. Und wenn ihr dort in der Nähe seid und auch das machen wollt, dann geht einfach hin. Auf jeden Fall empfehlenswert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der schönen Ausblick, den ihr gerade gesehen habt, war auf der Halde Jägersfreude. Richtig bombastisch hier oben. Da haben wir auch gerade eine kleine Pause gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Noch etwa 4 Kilometer, dann sind wir endlich am Auto. Wir sind irgendwie geschafft, aber die Wege sind meistens breit. Wir haben auch ab und zu Pfade dabei. Aber jetzt gegen Schluss meistens nur noch breite Wege. Das macht keinen Spaß. Deswegen sind wir froh, dass wir am Auto sind. Und auf dieser Etappe gibt es kaum Sitzgelegenheiten. Schade. Wir bedanken uns wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch und über Kommentare würden wir uns auf jeden Fall auch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vor einigen Wochen hatte ich noch eine Innenaufbereitung meines Autos und ich bin mit der Firma TJKFZ... Untertitelung. BR 2018 Vor einigen Wochen hatte ich noch eine Innenbereinigung... Vor einigen Wochen hatte ich noch eine Innenbereinigung meines Autos bei der Firma TJKFZ... Untertitelung. BR 2018 Und ich leg mich doch um den Arsch. Ich hab das aufschreiben. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018